ja hallo leute wir sind wieder bei x4 und das letzte mal sind wir hier in diesem sektor stehen geblieben den wir jetzt neu erkunden und zwar ein ketzers untergang das ist wie man an der farbe erkennen kann definitiv ein neutraler sektor das heißt hier finden wir zum beispiel produktionen auch die legal sind teilweise haben wir jetzt aktuell eine baustelle wo wir jetzt hier tatsächlich auch sehen können dass da was gebaut wird weil sie noch nicht was das genau wird aber da wird was gebaut und wir haben hier eine meierstaub verhedelung aber es gibt hier sicherlich noch mehr als nur das daher würde ich sagen scannen wir am besten erst einmal den entsprechenden raum hier und schauen was wir finden so haben wir ein unbekanntes objekt das ist doch schon mal was wir uns auf jeden fall mal anschauen können also fliegen wir am besten erst mal hin könnte ein container vielleicht sein und container schadet definitiv nicht da wenn wir sicherlich was nettes drin finden können so ich würde sagen dass wir am besten in unseren kleinen jäger springen denn damit ist das ganze ein bisschen einfacher zu regeln so und wir doch mal hier ab den container selektieren war und dann fliegen wir mal vorsichtig und schauen ob wir den öffnen können so haben einen laser aktiv das ja 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 gut ich sollte drauf achten, dass ich da nicht mit der Leertaste drauf schieße, sondern mit der mittleren Maustaste. Naja. So. Dann war das halt eben nicht wirklich was. Wir teleportieren uns auf unser Schiff zurück und werden dann mal wieder auf unseren Sitz gehen und ach so, ähm ich hab's ganz vergessen. Ich hab, ähm Moment, wo ist er? Warte, wie heißt das Schiff nochmal? Ah, hier. Ähm Ich hab die drei Schiffe hier, die ja immer noch keinen vernünftigen Piloten haben. Ja, wir haben hier ja nur einen Piloten mit zwei Sternen und brauchen drei für den automatischen Handel. Äh, die hab ich ja mit Aufträgen versehen, dass die hier nochmal rumfliegen dürfen. Ja, der hier eben, ach der ist schon fast fertig. Das seht ihr mal. Und der hier ist auch fast, der ist fertig. gut, dann würde ich sagen, dem geben wir mal einen Auftrag, denn das macht ja Sinn. So, jetzt springen wir am besten mal dahin, wo er ist. Der ist nämlich hier unten und hat hier am Raum-Pier seine Waren verkauft. Das heißt also, wir besorgen neue Antriebsteile. Und die verkaufen wir dann hier. So. Und dann holen wir nochmal eine Ladung. Bestätigen. Und die verkaufen wir dann hier. Na, bestätigen. So. Und den lassen wir erstmal seine Sache machen. Ähm, ich will gerade mal schauen, ob wir hier inzwischen äh, halt, Quatsch, Information. Da wollte ich drauf. Ja, die Antriebsteile werden hier wie wild tatsächlich verwendet. Ja, das heißt also, wir haben hier definitiv Schiffe, die gebaut werden. Wie sieht's hier aus? Ja, hier haben wir inzwischen ein paar auch auf Lager. das ist nicht schlecht. Ähm, gut, dann würde ich sagen, fliegen wir mal weiter. Wir setzen das hier mal als Ziel und fliegen dann auch mal hin. Wir müssen übrigens demnächst mal schauen, ähm, wir haben ja inzwischen wieder eine Menge Kohle, äh, äh, wie wir vielleicht weiter fortfahren in Bezug auf Stationen. denn eigentlich muss ich sagen, würde ich noch ganz gerne eine weitere Station bauen. Und, ja, ich bin noch am überlegen, was für ein Produkt ich denn da herstellen will. Aber auf jeden Fall bietet es sich an, da irgendwie jetzt mal aktiv zu werden. Und das hier ist ein inaktives Sprungtor. inaktives Sprungtor. Ja, ich bin gespannt, wann wir da mit Updates rechnen können, die dann, ja, die Sprungtore vielleicht aktiv schalten und was genau wir da dann zu erwarten haben. Da haben wir ein paar unbekannte Stationen. Ich würde sagen, da fliegen wir einfach mal hin. Ja, ich bin, übrigens auch mal gespannt, wann wir jetzt das Update 1.5 erwarten können. Nur so zur Info, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon draußen. Aber, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf, denn, da werden, ja, oder wird eine der Änderungen kommen, die ich eigentlich schon sehr, sehr lange erwarte, erwarte, die ich auch am Anfang des Spiels tatsächlich vermisst habe, und zwar wird Betty kommen. Die Computerstimme, die ansagt, was wir selektieren. Ich weiß jetzt, an dem Tag, an dem ich das aufnehme, gibt es auf jeden Fall noch das Problem, dass in der Beta für 1.5 Betty wohl teilweise auch einfach alles vorliest, was an einem vorbeifliegt, also ohne, dass man es selektiert. Das sollte natürlich nach Möglichkeit gelöst sein, das Problem, sonst wäre das ein bisschen nervig, gerade wenn es tatsächlich um größere Ansammlungen von Schiffen geht. da hätte ich dann doch vielleicht ein Problem mit. Aber, ja, wenn sie tatsächlich ganz regulär funktioniert, dann ist das auf jeden Fall nicht schlecht. So, die sind beide in Reichweite. Und dann würde ich sagen, fliegen wir als nächstes hierhin. in Reichweite. Ich muss übrigens sagen, ich vermisse hier in X4 noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und zwar vermisse ich Statistiken. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber ich vermisse Statistiken. Und dabei spreche ich nicht von diesen Statistiken. Ich spreche Statistiken, die unsere Stationen betreffen. Also, Moment, ich kann ja gerade mal zeigen, was ich hier meine. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in diese Station schauen. Ja, wir haben hier diese logische Übersicht. In der logischen Übersicht sehen wir, was wird produziert. Ja, wir sehen hier zum Beispiel unsere Energiezellen. Was ist da los? Ich sehe... Hä? Ist das irgendwie verbuggt jetzt? Hm. Okay, das scheint wohl gerade verbuggt zu sein. Ich sehe hier nichts. Ja gut, wir haben auf jeden Fall hier diese verschiedenen Grafen. Ja, aber wir haben keine genauen Statistiken mit Zahlen und so weiter. Ich würde ganz einfach gerne sehen, hier letzte Stunde, letzter Tag, letzte Woche auch tatsächlich was mit vernünftigen Zahlen. Also, was weiß ich, so und so viele Einheiten von XY wurden produziert, so und so viele wurden für einen Preis von so und so verkauft, so und so viele, so und so viel haben, hat die Produktion gekostet und so und so viel haben wir dann Gewinn daraus gemacht. Also im Prinzip einfache Zahlen, die jeder nachvollziehen kann, anstatt dass man hier sich zusammenreimen muss. Wir haben hier, keine Ahnung, hier auf diesem Stand unsere Waren verkauft. Da müssten wir ungefähr einen Preis von so und so gehabt haben. Also könnten wir ungefähr dann so und so viel Gewinn gemacht haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Ich meine, gut, wir können hier theoretisch auch am Stationskonto sehen, wenn wir uns merken, wie viel Geld wir überwiesen haben, wie viel Gewinn wir tatsächlich gemacht haben. Aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen, ja, weiß nicht. Und ich würde jetzt gerne mal was testen. Wenn ich jetzt hier mich hin teleportiere, dann hängt das Spiel. So, jetzt. So. Funktioniert das jetzt vielleicht wieder? Nee, sieht nicht so aus. Können Sie kämpfen oder wollen etwas für die Sicherheit tun? Kaufen Sie sich eine Polizei-Lizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. Keine Ahnung. Also hier an der an den Bauplänen sehe ich jetzt nicht, wo das Problem sein könnte. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Das stört mich jetzt irgendwie ein bisschen. Ist das jetzt nur bei der Station? Können wir hier alles noch normal sehen? Hier funktioniert noch alles normal. Ich mache mal einen kleinen Test. das hier. Wohl, nee. Machen wir es. Einfach. Ich baue hier einfach mal was an. nicht wirklich allzu spannend. Einfach nur um zu testen, ob wenn wir hier ein bisschen bauen, das vielleicht aktualisiert wird. Bestätigen und Konstruktionsschiff zuweisen. Hier du. und Änderungen übernehmen. Einfach nur um zu schauen, ob wir vielleicht dadurch was erreichen. Ja. Das hat es gefixt. Sehr schön. Ich weiß nicht, was das für ein Problem war. Aber wir haben auf jeden Fall eine Lösung gefunden. Und ja, da wird jetzt gebaut gut. Gut, ich muss jetzt zugeben, das ist jetzt tatsächlich ein Bauteil, das wir eigentlich zumindest momentan noch nicht brauchen. Aber das ist ja nicht allzu tragisch, wenn wir hier ja ein unnötiges Teil dran haben. Und dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal wieder zurück auf unser Schiff. Erreiche System Kettas Untergang Gut, wir waren hier stehen geblieben und hier wird gerade eine Station gebaut. Beziehungsweise sie wird ausgebaut. Wir sehen das hier. Aber es ist schon eine Raumkraut Plantage. Das heißt, ja, vermutlich ist die schon länger da und wird jetzt gerade ausgebaut. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, setzen wir hier einen Satelliten aus und dann würde ich sagen, scannen wir mal die Umgebung. Okay, sehr schön. So, da haben wir ein unbekanntes Objekt. Das könnte ein inaktives Tor sein oder ein aktives. Schauen wir einfach mal. was haben wir denn da? Ein Kark, Den können wir uns ja mal schnappen. Wird nicht allzu schwer werden, wenn der alleine ist. Ist er nicht? Aber okay. Da ist ein Xenon. so, einmal rum und wunderbar. Hoffentlich Sinserteile. So, nächster. Du bist ein Kark. Schon. Wunderbar. Nächster. Ist er weg? Wir hatten ja doch gerade... Hm. Gut. Dann eben nicht. Fliegen wir weiter. Aber eigentlich hatten wir hier drei Gegner. Oder habe ich mich vertan? Weiß nicht. So, das ist auf jeden Fall ein Tor. Das ist unschwer zu erkennen. Aber das ist inaktiv. Gut. Dann bleiben wir hier mal stehen und scannen nochmal. das ist die falsche Taste. Das ist die falsche Taste. so, so jetzt ein Xenon. So, jetzt das ist Kein Loot. So, Schade. Auf jeden Fall muss das der gewesen sein, den wir vorhin vermisst haben. so, schauen wir noch mal. Ich werde als nächstes glaube ich jetzt hier diesen Auftrag mal erledigen. also, fliegen wir da mal hin und schauen uns währenddessen mal an, wie es jetzt hier aussieht. Können wir hier immer noch alles, ja, sehen immer noch alles, wie es sein sollte. Das ist sehr gut. Ja, Siliziumscheiben laufen und Smartchips laufen auch. Da haben wir bei beiden erst vor kurzer Zeit einen Produktionszyklus abgeschlossen und haben hier übrigens schon einen ganz netten Preis, der so langsam glaube ich interessant wird, also mit dem nächsten Produktionszyklus könnte es sein, dass wir die Waren dann verkaufen. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wir haben aktuell 196, das heißt, lass mich mal schauen, Waren, Smartchips, wo sind sie, Smartchips, genau, die fallen mit dem nächsten Badge, der produziert wird unter die 195, und das bedeutet, dass er unter dem Durchschnittspreis ist. Was will ich an der Stelle damit sagen? Ganz einfach, die NPC-Schiffe, die kaufen, Waren, sobald sie tatsächlich unter dem Durchschnittspreis sind. Ja, davor kaufen die die Waren nicht. Und damit kommen wir dann in die Zone, in der wir halt verkaufen können. Und ich weiß, ich könnte jetzt manuell den Preis auf was niedrigeres setzen und würde dann die Waren verkaufen. und ich sehe gerade, ich habe was im Inventar, was illegal sein soll. Das hier auswerfen. So. Also. Ich könnte hier manuellen Preis vorgeben, aber das will ich gar nicht, denn ich finde es eigentlich immer ganz spannend, wenn wir hier diese Verkaufssprünge drin haben. Ja, da ist schon tatsächlich einer, der hier 800 kauft. Für kann ich das sehen, für welchen Preis? Der Preis, der war doch jetzt 196. Okay. Ich dachte tatsächlich, dass das gut, dann habe ich mich geirrt. Die verkaufen sich auch tatsächlich die Sachen, wenn sie über dem Durchschnittspreis liegen, der muss jetzt hier für 196 Credits tatsächlich eingekauft haben, beziehungsweise reserviert haben. Er hat ja noch nicht tatsächlich gekauft. Er muss ja erst ankommen, um dann den Handel abzuschließen. Und erst dann bekommen wir ja die Kohle. Wie sieht es mit unserem HQ aus? Ja, das läuft eigentlich auch ganz gut. Ich könnte hier ja mal ein bisschen Kohle abziehen. Und wenn wir schon dabei sind, könnte ich das eigentlich hier auch mal machen. Geldmittel verwalten, Stationskonto. Gehen wir mal runter auf 3 Millionen, wenn ich es hinbekomme. Hallo? So. Das passt. muss gerade mal schauen. Wir haben ja diesen Bau jetzt in Auftrag gegeben und hatte da überhaupt genug Kohle für. Ja, haben wir zu gewesen. Gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Die fählenden Waren kommen auch rein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Achso, wir sind angekommen. Ich dachte gerade schon, warum fliegen wir denn nicht? nicht. Das war nichts. Kommt, fliegt rein. Was geht denn hier? Andockerlaubnis erteilt. Na? Ach, gibt's da hinten noch? Gibt's nochmal einen Dock zum Andocken? Da haben sie mir jetzt die Landeerlaubnis erteilt. Kommt, lande. Wann nicht sein. So. So. Dann schauen wir mal, dass wir unsere Beförderung abholen. kann ich mal da hin? Danke. So. Ähm. Okay. Interessant. Was immer das auch ist, gehört nicht hierhin. Hm. Okay. Rang erhalten. Hatikwar verfolgt ihre Taten schon seit einiger Zeit. Wir sind uns einig, dass sie mehr verdienen als bloße Beachtung. Ich bin erfreut, Ihnen einen neuen Rang innerhalb der freien Liga von Hatikwar zu verleihen. Natürlich geht dieser Rang mit einer Reihe von Vorteilen einher. Diese Vorteile sind an den Rang gebunden. Sie werden sie verlieren, wenn sie den Rang verlieren. Wenn ich mir aber ihre Geschichte anschaue, glaube ich nicht, dass wir uns darüber Sorgen machen müssen. Diese Belohnungen passen zu den Anstrengungen, die sie unternommen haben. Machen Sie das Beste daraus. Noch einmal vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir freuen uns schon auf Ihre zukünftigen Erfolge. Viel Glück da draußen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die uns hier bieten können. Wie sieht es mit Lizenzen aus? Das kann ich nicht kaufen, aber will ich eigentlich auch gar nicht. Blaupausen. Was haben wir hier? Ja. Klassiker. Noch hier. Klassiker. Ja, hier könnten wir ein paar illegale Sachen kaufen. Und dann entsprechend illegale Stationen aufbauen. wäre eine Möglichkeit, die Produktionen von diesen illegalen Sachen, die könnten wir auch dann problemlos im Prinzip in neutralen Sektoren aufbauen. Das ist auf jeden Fall möglich. Und wir würden an der Stelle nicht mal großartig was riskieren, soweit ich das verstehe, solange wir die Sachen nicht in Sektoren verkaufen, die halt irgendwem gehören, der das als illegal ansieht. Aber solange unsere eigene Produktion in einem fremden Sektor ist und wir nicht selber verkaufen, in anderen Sektoren sollte das gar kein Thema sein. Da könnte man dann auch tatsächlich ganz gut Kohle mit verdienen. Und wir haben noch immer eine inaktive Mission. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was haben wir denn da? Okay. Das war einmal zu viel. So, was fehlt dir denn? Erwartete Betriebskosten sind höher. Ja, komm, dann erhöhe ich das Gesamtbudget einfach mal auf 4 und alles was über 4 Millionen dann geht, da werden wir dann entsprechend das abziehen. Gut, dann müsste das jetzt aber passen. Warum haben wir denn hier plötzlich so einen hohen Bedarf? Ja, verstehe ich nicht. Eigentlich hat sich hier doch nichts verändert. Minimal empfohlenes Budget 903.000. Und das haben wir doch. Gut. Ist dann halt so. Lässt sich jetzt auch nichts dran ändern. Stört ihr an euch weiter. Das ist also kein großes Problem. So. Dann. Ach so, Moment. Wenn wir gerade schon hier sind, könnten wir eigentlich auch noch ganz schnell hier beim lokalen Händler vorbeigehen. Der ist auch hier gleich um die Ecke. Müssen wir uns nicht mal hin teleportieren. Lass uns mal handeln. Beziehungsweise halt, Moment. Erst werde ich... Hier schauen, ob wir irgendwas herstellen können. Erste Hilfe testen. Und hier, Mahlzeiten können wir auch eine herstellen. Raumanzugs-EMP. So, verkaufen wir mal. Die erste Hilfe-Kästen, die kannst du haben. Genau so, wie die eine feine Mahlzeit, die wir haben. Hier haben wir noch einige Kristalle. Und... Bestätigen. So. Das wäre also auch erledigt. Dann gehen wir wieder zurück auf unser Schiff. Und... Komm, lass mich mal da sitzen. Dann würde ich sagen, docken wir mal wieder ab. So. Wir haben... Unsere Beförderung abgeholt. Und könnten... Jetzt hier tatsächlich... Illegale... Oder Produktionen für illegale... Ähm... Waren erwerben. Das ist... Auf jeden Fall eine Option, die wir haben. Aber... Was für Optionen wir haben und welche wir als nächstes nutzen... Werden wir... In der nächsten Folge, denke ich, feststellen. Wir müssen mal hier... Wir müssen mal hier... Ah... Unsere... Schiffe sind... Hängen hier alle wieder fest. Ähm... Gut... Ist nicht schön. Da müssen wir irgendwie mal irgendwas tun. Aber... Ja, wie gesagt... Wir müssen diese Folge hier jetzt erstmal beenden. Und... Schauen dann mal in der nächsten Episode, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und... Ja... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.